Als er aufstand an dem Morgen, der sein letzter war, schien die Sonne und die Vögel kreischten laut. Eine Woge von Verlangen stürzte über ihn und klebriger Tau bedeckte die Haut. Durch den aderblauen Himmel ging ein breiter Riss. Dunkle Wasser brachen über ihn herein. Eine unbekannte Macht erhob sich tief in ihn und mit einem Mal war ihm alles klar, dass nichts mehr so wie gestern war. Wenn Engel hassen, wenn sie als dunkle Vögel in die Welt, wenn sie als schwarzer Schattenmeer trifft und nehmen Rappe an den Menschen, die gefallen sind wie sie. Als er aufbrach, ließ er alles hinter sich zurück. Seine Schritte waren federleicht und frei. Und am Mantel trug er einen kalten, schwarzen Stahl. Er lächelte leis und summte dabei. Seine Hand gab sieben Menschen einen schnellen Tod, bis ihn selber eine Kugel niederwarf. Wer ihn kannte, sagte, dass es seltsam war. Der Glanz eines Engels war auf ihm zu sehen. Wenn Engel hassen, wenn Engel hassen sie die Steine aus dem Himmel zählt, wenn Engel hassen sie als dunkle Vögel in die Welt, wenn Engel hassen sie als schwarzer Schattenmeer trifft und nehmen Rappe an den Menschen, die gefallen sind wie sie. und nehmen Sie die Steine aus dem Himmel zählt. Wenn Engel hassen sie die Steine aus dem Himmel zählt, wenn Engel hassen sie als dunkle Vögel in die Welt, wenn Engel hassen sie als schwarzer Schattenmeer trifft und nehmen Rappe an den Menschen, die gefallen sind wie sie. Wenn Engel hassen sie die Steine aus dem Himmel zählt, wenn Engel hassen sie als dunkle Vögel in die Welt, wenn Engel hassen sie als schwarzer Schattenmeer trifft, und nehmen Rappe an den Menschen, die gefallen sind wie sie. Wenn Engel hassen sie als schwarzer Schattenmeer trifft, wenn Engel hassen sie als dunkle Vögel in die Welt. Das war's mitofonnie. Da war's miteden hier. Untertitelung des ZDF, 2020